Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Danach werfen wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Im Anschluss erkläre ich, welche Karte heute für Sie gezogen wurde und was diese für Sie bedeutet. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Der heutige Transit kann uns das Gefühl geben, dass alles perfekt sein muss, bevor wir einen weiteren Schritt nach vorne machen. Dies ist eine Form der Lähmung und sollte entsprechend behandelt werden. Sie haben nichts davon, wenn Sie Ihre Gesundheit aufgrund von ungelösten Gefühlen auf Eis legen. Wenn Sie sich nicht dazu durchringen können, mit dem Essen von Süßigkeiten aufzuhören, ist das kein Grund, ein gutes Training aufzuschieben. Selbst wenn Sie das Gefühl haben, dass es sinnlos ist, bauen Sie sich eine gesunde Gewohnheit auf, die Ihre negativen Gewohnheiten, hoffentlich, überdauern wird. Karriere Der zusätzliche Antrieb und die Motivation, die Sie während des Wochenendes hatten, sind mit dem Beginn der Arbeitswoche verpufft. Was Ihnen vorher klar und deutlich erschien, ist jetzt ziemlich verworren geworden. Bringen Sie das Durcheinander Schritt für Schritt in Ordnung. Liebe Ganz gleich, ob Sie gerade eine Beziehung eingehen oder verlassen wollen, die Planetenaspekte des heutigen Tages deuten darauf hin, dass dies eine gute Zeit ist, um wichtige Themen zu besprechen. Es ist auch eine positive Zeit für die Kommunikation im Allgemeinen, besonders wenn Sie noch auf der Suche nach der Romanze des Jahrhunderts sind. Gespräche mit neuen Menschen sind die Antwort. Nun richten wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Der Tag beginnt mit einem aktiven Mond, der von der Liebesstunde des Stirs in den detailorientierten Zwilling wechselt. Es ist an der Zeit, einen Plan zu machen und sich daran zu halten. Dies ist ein Zyklus, in dem Sie bestimmte Bereiche in Bezug auf Nachrichten, Technologie und sogar Gespräche mit anderen bearbeiten. Dabei haben Sie vielleicht auch das Gefühl, dass Sie vor eine ganz bestimmte Wahl gestellt werden. Sie werden in vielen Situationen den Mittelweg wählen müssen, um Ihren Verstand zu bewahren. Der Zwillingsmond könnte die Gemüter erhitzen, daher sollten Sie sich von Klatsch und Tratsch fernhalten. Das Licht der Sonne leuchtet jedoch hell. Die Energie will sich mit Ihren inneren Ängsten auseinandersetzen, die Sie selbst nicht vollständig verarbeiten können. Diese Transite haben einen ausgeprägten psychologischen Aspekt. Vielleicht wollen Sie gerade jetzt eine größere Veränderung vornehmen und stoßen dabei auf Widerstand und Herausforderungen. Denken Sie daran, dass es wirklich darum geht, was Ihr Herz fühlt. Diese Verschiebungen weisen auf ein neues Leben für Sie hin. Wenn Venus in Waage heute Abend das Treigen zu Saturn in Wassermann bildet, kann die Strategie, sich dem Göttlichen hinzugeben, Ihnen viele Türen öffnen. Die Karte, die heute für Sie gezogen wurde, ist die Neun der Stäbe. Die Neun der Stäbe ist ein Zeichen dafür, dass Sie selbst im Angesicht von Widrigkeiten aufrecht und stark bleiben. Sie sind vielleicht am Rande der Erschöpfung, aber Sie sind widerstandsfähig, ausdauernd und bereit, alles zu tun, was nötig ist, um die Ziellinie zu erreichen. Diese Karte kann auch kommen, wenn Sie sich angeschlagen und zerschlagen fühlen, weil Sie auf Ihrem Weg erhebliche Herausforderungen und Kämpfe überstanden haben. Gerade wenn Sie denken, dass Sie Fortschritte machen, erleiden Sie einen weiteren Rückschlag. Die Neun der Stäbe bittet Sie, darauf zu vertrauen, dass dies lediglich ein Test Ihres Mutes und Ihrer Widerstandsfähigkeit ist, und zu wissen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie ein Hindernis überwinden, stärker werden. Sie verfügen über die notwendigen inneren Ressourcen, um jede Schwierigkeit zu überwinden, auch wenn sie Ihnen im Moment unmöglich erscheint. Betrachten Sie diese Neun als eine Zusicherung, dass Sie letztendlich Erfolg haben werden, wenn Sie Ihre Position halten. Und wenn Sie anfangs keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es noch einmal. Die Neun der Stäbe ermutigt Sie, weiterzumachen, Sie sind der Ziellinie so nahe. Auch wenn Sie aufgeben wollen, ist dies die letzte Herausforderung, bevor Sie Ihr Ziel erreichen. Geben Sie also Ihre Hoffnungen und Träume nicht auf, wenn Sie so kurz davor stehen, sie zu verwirklichen. Bleiben Sie angesichts Ihrer Herausforderungen standhaft, und Sie werden Ihr Ziel erreichen. Andere mögen versuchen, sich ihren Plänen zu widersetzen, Ihnen das Leben schwer zu machen oder Sie sogar für das anzugreifen, was Sie in die Welt setzen. Oft tun Sie das, weil Sie neidisch auf Ihren Erfolg sind oder Ihre eigenen Unsicherheiten und Ängste auf Sie projizieren. Lassen Sie sie nicht an sich heran. Sie können etwas verändern und Sie haben eine wichtige Botschaft in die Welt zu tragen. Die Neun der Stäbe lädt Sie ein, Ihre persönlichen Unterstützer zu finden, die Sie vor den ständigen Herausforderungen schützen und Sie bis zur Ziellinie anfeuern werden. Selbst wenn andere gegen Sie sind, haben Sie noch viel mehr Menschen, die Ihre Sache unterstützen. Lassen Sie sie Ihnen helfen. Schließlich rät Ihnen die Neun der Stäbe, Ihre Grenzen festzulegen und diese Grenzen mit aller Kraft zu verteidigen. Wenn Sie zugelassen haben, dass sich andere Ihnen in den Weg stellen oder Ihre Energie aufbrauchen, haben Sie sich wahrscheinlich nicht wirksam bei diesen Menschen durchgesetzt, um sich selbst zu schützen. Machen Sie sich klar, was Sie in dieser Situation brauchen, um erfolgreich zu sein und Ihre Ziele zu erreichen, und kommunizieren Sie diese Bedürfnisse dann anderen gegenüber. Seien Sie sich auch bewusst, dass zu viele Barrieren andere daran hindern werden, Ihnen nahe zu kommen oder Ihnen zu helfen. Machen Sie sich bewusst, wie Sie proaktiv Grenzen setzen, um Ihre Energie zu schützen. In einer Beziehung kann die Neun der Stäbe darauf hindeuten, dass Sie schon einmal verletzt wurden und nun befürchten, erneut verletzt zu werden. Sie tragen zwar immer noch die Narben aus der Vergangenheit mit sich herum, aber denken Sie daran, dass jede Beziehung anders ist, und nur weil Sie in der Vergangenheit Schmerz erfahren haben, heißt das nicht, dass dies auch beim nächsten Mal der Fall sein wird. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Schmerz hinter sich zu lassen und offener für zukünftige Beziehungen zu sein. Sie müssen lernen, wieder zu vertrauen und daran zu glauben, dass die Liebe real ist und in Ihren zukünftigen Beziehungen existieren kann. Wenn Sie auf der Suche nach Liebe sind, sollten Sie darauf achten, dass Sie den Menschen, die Sie treffen, nicht zu distanziert und abweisend gegenüberstehen. Sie wollen sich zwar vor Verletzungen schützen, aber Sie müssen auch ein kalkuliertes Risiko eingehen und sich öffnen, um die positive Seite der Liebe zu erleben. In einer etablierten Beziehung sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht immer im Verteidigungsmodus sind, stellen Sie sicher, dass Sie die Meinung Ihres Partners genauso anhören wie Ihre eigene. Vielleicht neigen Sie auch dazu, einen Teil von sich selbst vor ihm oder ihr zu verbergen, aber das wird nur Misstrauen in der Beziehung erzeugen. Auf der positiven Seite deutet die 9 der Stäbe darauf hin, dass Sie trotz der Herausforderungen, die die Beziehung mit sich bringt, zu Ihrem Mann oder Ihrer Frau stehen und sich dafür einsetzen, die Dinge in der Zukunft zu verbessern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!